Haben Sie schon einmal Blumen sprechen hören? Das ist tatsächlich möglich bei der brandneuen multimedialen Lesung Flower Tales von Schauspielerin Susanne von Borjodé. Sie ließ Texte von Peter Paul Althaus neu. Der Schriftsteller und Kabarettist arbeitete an den verschiedensten Theatern und wurde vor allem durch seine Traumstadt-Gedichte bekannt. Das Publikum erwartet am 6. Oktober eine Mischung aus pointierten, träumerischen Texten und improvisiertem Jazz. Wenn Sie dabei sein wollen, sind wir Ihnen natürlich gern behilflich und verlosen 2x2 Karten für diese Veranstaltung im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an unter den eingeblendeten Kontaktdaten.